Hi, ich bin Florian Müller und ich bin Wahlkreiskandidat für die SPD-Burscheid bei den Kommunalwahlen 2020. Anfang 2017 bin ich dem Ortsverein der SPD beigetreten. Seitdem konnte ich mich in der Fraktion und im Umweltausschuss einbringen und viele meiner Ideen auch bereits verwirklichen. Burscheid liegt mir sehr am Herzen. Hier bin ich aufgewachsen, zum Kindergarten und zur Schule gegangen. Deswegen möchte ich auch im Rat die Zukunft für Burscheid weitergestalten. Mit 23 Jahren stehe ich noch recht am Anfang meines Lebens, aber gerade deswegen liegt mir die Zukunft meiner Stadt sehr am Herzen. Umwelt, Bildung, Mobilität und auch Altersversorgung, das sind die Themen, die ich in den Rat einbringen will. Diese Themen sind essentieller Bestandteil all unserer Leben, egal ob heute oder in der Zukunft. Denn nur wer auf seine Umwelt aufpasst und sie fortwährend weiterentwickelt, kann auch für die Zukunft gewappnet sein. Diese Themen möchte ich einbringen, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion Burscheid. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und jeden Donnerstag um 17.35 Uhr finden Sie den Podcast unseres Bürgermeisterkandidaten Ralf Liebig, meinen Burscheid Liebig, auf Spotify, iTunes und YouTube.